Erst 25 Minuten, nachdem die weg waren, sind die ersten Einsatzkräfte gekommen. Es war einfach nur eine große Menschenmenge, die durchgelaufen ist. Und es ist auch erst 25 Minuten, nachdem die weg waren, sind die ersten Einsatzkräfte gekommen. Erst 25 Minuten, nachdem die weg waren, sind die ersten Einsatzkräfte gekommen.